Ja, ich bin Sydia. Ich komme aus der Schweiz. Ich bin 22 Jahre alt. Ich bin sehr offen direkt, was manchen Leuten ein bisschen Angst macht, aber ich bin total ehrlich und sympathisch. Mein Traummann sollte trainiert sein, am besten noch Südländer. Wenn der Mann Humor hat, dann hat man mich schon so fast gecatcht. Ich kenne das von meinen Eltern, dass der Mann halt einfach der Mann ist und die Frau ist die Frau. Punkt, Ende, aus. Im Bett kann auch mal die Frau die Führung übernehmen, ja. Ich mag ältere Männer, weil sie einfach so ein bisschen eine Ahnung vom Leben haben und dementsprechend auch die Reife, aber nicht alle. Ich bin Italienerin, dementsprechend bin ich auch sehr temperamentvoll und eifersüchtig, ja. Der Mann merkt dann schon, dass da irgendwas nicht stimmt und ich sage dann immer so, nee, ist alles gut. Ich habe kein Poker-Face. Man merkt, wenn ich eifersüchtig bin, wütend bin, Freude habe, man merkt einfach alles und ich glaube, das ist so ein Talent. Da haben nicht viele. Mein eigener Lieblingskörperteil ist mein Po. Ich bin sehr klein, aber trotzdem habe ich so einen schönen, knackigen Po. Ich war tatsächlich noch nie auf einer Dating-App. Bei mir passiert meistens alles im realen Leben so oder über Instagram. Unter meinem Profil würde stehen die temperamentvolle, freche Italienerin.